Hey Leute und Willkommen bei ZENASA LETS PLAY! Hier mein erstes Video, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt mal gucken, ob meine Stimme zu laut oder zu leise ist. Und ja, also in meinem Channel ist ganz viel, was ich mir geguckt habe und so. Angeguckt habe meine ich und vieles auch von meinem Bruder. Also wundert euch nicht hier irgendwas mit Hacken oder so. Ja gut, okay. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch schon mal erzählen, worum es gehen wird. Und zwar wird es um Let's Plays natürlich, Let's Shows oder auch Tutorials oder sonstiges. Ich möchte einfach mal in YouTube aktiv werden. Und zwar habe ich auch schon eine kleine Wertseite errichtet, die ich natürlich noch vervollständigen werde. Der ist hier auch schon. So, und hier mit News und alles. Aha, ja, das kann ich noch löschen, das ist von einem Kumpel. Ja, auf jeden Fall ist es meine Website, wo ihr dann auch die neuesten Informationen und so herbekommen könnt. Was jetzt ja noch nicht relevant ist, weil kaum jemand kennt meinen Channel oder so. Ich muss ja erstmal ein paar Videos machen. Und ja, Minecraft zum Beispiel mache ich jetzt kein, kein, ähm, Let's Play, weil Gronkh, da gegen Gronkh kann keiner was machen, finde ich. Ähm, vielleicht ein paar. Aber, ja. Gut, das war's dann erstmal. Wir sehen uns denn demnächst beim ersten Let's Play oder auch was sonstiges. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!